Ja hallo zusammen, heute mal ein kleines Update oder ein kleines Infovideo, denn am Sonntag, den 30.10. erscheint ein Interview von mir, also ich werde interviewt bei Der Mensch, ein Projekt von Bodo Schiffmann. Ihr kennt vielleicht Bodo Schiffmann, der Schwindelarzt, der Corona-Maßnahmen-Kritiker, der ja eine recht hohe Reichweite hat und ich möchte jetzt einfach mal bevor sich zu viele Leute das Maul zerreißen, warum ich da bin und was ich da gemacht habe, einfach erzählen wie es ist. Also ich selber kenne natürlich den Bodo Schiffmann und habe den in der letzten Zeit verfolgt und wer meine Videos verfolgt hat, weiß ja auch, dass ich einige Schritte, Entscheidungen, Dinge, einige Strategien kritisiert habe, die ein Herr Bodo Schiffmann in der Vergangenheit gemacht hat. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwann mal mitbekommen und das ist jetzt bestimmt schon mehrere Wochen her. Eines Tages bekomme ich dann auf Telegram eine Nachricht, hier schau mal, alles außer Mainstream, so heißt ja der Telegram-Kanal von Bodo Schiffmann, der hat Videos von dir geteilt, eben Musikvideos von mir und der Andrea. Mir ist von vorher aufgefallen, dass er auch das ein oder andere Video von freiwillig frei schon mal geteilt hatte, eben dem Projekt, welches auf YouTube noch zu finden gibt, wo ich mit dem Peter, dem Michael und dem Hauke auch bis 2015 sehr aktiv war. Also wusste ich, dass da irgendwas schon mal angekommen ist. Naja, mich freut es ja immer, wenn jemand Inhalte von mir teilt. Ganz egal wer, da habe ich ja eh keinen Einfluss drauf, aber ich mache das ja, dass einfach mehr Menschen ja auch diese Sachen, die ich hier mache mitbekommen können. Also insofern hat mich das im ersten Moment schon mal gefreut. Dann ging es glaube ich an dem Tag noch so weiter, dass er noch ein, zwei Musikvideos geteilt hat und dann kam ein Aufruf von Bodo Schiffmann auf seinem Telegram-Kanal, dass er doch gerne mit den Machern von freiwillig frei Kontakt hätte, ob da irgendjemand Kontakt herstellen kann, weil er sich interessiert oder sich dafür interessiert, wieso wir aufgehört haben, warum wir keine Inhalte mehr machen. Na, dann hat es auch nicht lange gedauert, denn so viele sind ja auch nicht mehr zu finden von denen, die das damals gemacht haben, dass er eben auf mich gestoßen ist und mich dann auch auf Telegram angeschrieben hat und wir uns dann nach einem kurzen Hin- und Herschreiben zu einem Telefonat verabredet haben. Ich habe dann glaube ich so 20 Minuten mit dem Bodo Schiffmann telefoniert und habe erstmal so ein bisschen was erzählt, was freiwillig frei eigentlich war, warum wir das nicht mehr machen und wie ich auch aktuell zu den Dingen so stehe, auch zu dem, was er so macht, was der Widerstand oder die Opposition der Regierung so macht, wie auch immer man das nennen mag. Und ich habe da auch kein Blatt vor den Mund genommen und mir ist es auch wichtig, dass, ja, wenn sich jemand für mich oder meine Arbeit interessiert und ich über den schon mal ein Video gemacht habe, sondern es ist wichtig, dass er das zu Gesicht bekommt. Hat er ja auch schon gesehen. Ich hatte ein Video gemacht, wo sind die Corona-Kritiker hin? Habe ich Fragen gestellt, Fragen, ja, die ich immer noch habe und für mich ist es aber auch kein Problem. Ja, für mich ist es überhaupt kein Problem, dass ich auch jetzt noch Dinge, die ich so wahrnehmen kann von einem Herrn Bodo Schiffmann kritisch sehe, denn auch ich habe schon viele Sachen gemacht, die ich ja selbst mittlerweile kritisch sehe. So ist es halt, wenn man sich weiterentwickelt. Ich kann ja auch nie in Köpfe reinschauen, das heißt, ich weiß auch nicht, welche Ziele ein Herr Bodo Schiffmann wirklich verfolgt. Ich weiß aber nur eins, dass ich immer fair, offen und respektvoll mit allen Menschen umgehen möchte und jedem auch die Chance ergeben möchte, mich und die Dinge, die ich denke, wirklich kennenzulernen. Ja, und dann kam es zu der Aufzeichnung von dem Gespräch, was dann am Sonntag entstehen wird. Das Ganze war auch wirklich sehr angenehm, hatte auch noch Unterstützung, der Bodo Schiffmann, die machen das da wirklich professionell. War eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Ich habe mich wohl gefühlt, werde es mir selber auch noch mal anschauen. Ich weiß ja gar nicht mehr genau, was ich da geantwortet habe, alles. Aber er hatte Interesse an mir, an meiner Denkweise und an den Dingen, die ich bis jetzt so gemacht habe. Und da möchte ich auch ganz klar sagen, da möchte ich dem Bodo Schiffmann auch Danke sagen. Ja, danke, dass er seine Reichweite auch ausnutzt, um so jemanden wie mir, ja, Reichweite zu geben, obwohl ich einer seiner Kritiker bin. Ja, das ist auf jeden Fall was. Da habe ich was davon. Denn eins ist mir natürlich auch klar, ich brauche hier keine Musik machen, ich brauche hier keine Videos machen, wenn ich nicht will, dass Menschen die zu Gesicht bekommen. Weil sonst mache ich das einfach hier und höre es mir dann in Dauerschleife auf MP3 an. Aber darum geht es mir nicht, ja. Also insofern ist es für mich auf jeden Fall echt eine coole Sache gewesen. Und zum Abschluss noch das Schmankerl obendrauf. Wir haben dann vereinbart, der Bodo Schiffmann und ich, dass ich ihm dieses Interview gebe, was ich sehr gerne gemacht habe und ich im Gegenzug auch ihn interviewen werde und dann natürlich auch alle Fragen stelle, die ich so habe. Ob er darauf antworten wird, ist ja dann immer noch eine andere Sache. Es wird auf jeden Fall so respektvoll und so menschlich zugehen, wie es auch bei ihm in seiner Sendung zuging. Ja, das ist mir auf jeden Fall wichtig. Mich hat das auch alles so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich denke schon, dass es jetzt eine gute Zeit ist, um vielleicht mal wieder ein paar Videos mehr zu machen, sich wieder vermehrt um Inhalte zu kümmern. Die Gedanken, die wir vielleicht schon vor Jahren hatten und ich der Meinung, wenn es ist, alles schon gesagt, einfach immer und immer wieder neu aufzubereiten, wenn mir das wichtig ist. Und mir ist es wichtig. Sonst würde ich ja auch Lieder über New Party und Halligalli machen. Also insofern, ja, hat auch dieses Interesse von Bodo Schiffmann mich auf jeden Fall motiviert, da einfach wieder ein bisschen mehr zu machen. Ja, und mal schauen, was passiert. Das habe ich auch schon 20 Mal gesagt, dass ich jetzt wieder mehr machen werde. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Also, schaltet ein. 30.10. Sonntag, 18 Uhr. Ich verlinke das auch noch hier in der Beschreibung. Und wenn ich den Bodo Schiffmann zum Interview einladen werde, bekommt ihr das garantiert mit. Da werde ich mir auf jeden Fall auch noch einen schönen Termin überlegen und mit dem das dann entsprechend mal absprechen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn ihr neu hier seid, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr euch mal ein bisschen durch den Kanal klickt und für die alteingesessenen, ihr könnt auch mal wieder kommentieren. Ihr wisst doch, wie es ist. Der Algorithmus braucht das und auch ich brauche das. Also, bis bald. Ciao.